Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportflop. Ich bin noch immer in Gävle in Schweden. Es ist frühe Morgen jetzt gerade, kurz nach sieben. Ich habe es geschafft und laufe wieder ein bisschen am Flüsschen entlang. Nach dem Intro geht es richtig weiter. Ja, immer noch in Gävle. Ich habe mich heute Morgen aus meinem Bett gepellt. Es ist gerade saukalt hier. Wir haben zwar April in Schweden. In anderen Ländern auch. Aber wir haben gerade hier April. Und geht davon aus, naja, für deutsche Verhältnisse ist es ja schon relativ warm. Am Arsch! Hier ist es morgens scheiße kalt. Mir friert das Gesicht weg. Ich hätte die Handschuhe anziehen müssen. Natürlich nicht. Und ich muss mir jetzt ordentlich warm laufen, bevor ich hier nicht erfriere. So ein Rott. Überliegt noch Schnee. Und ich muss erstmal damit umgehen können. Kacke. Naja. Drei, vier Stunden werde ich mindestens laufen. Und dann gehe ich zum Frühstück. So meine Schoki-Banokis. Die werden dann auf mich warten. Ich mach mal. Ich will mal weitermachen, damit ich hier nicht einfriere. Ich bin jetzt schon gut eine halbe Stunde unterwegs. Und es fällt mir heute Morgen irgendwie schwer zu laufen. Der Abend gestern war dann doch ein bisschen länger. Aber ich habe mich aus dem Bett gequält. Ich habe es geschafft. Und jetzt bin ich hier. Ja. Halbe Stunde habe ich schon. Viertelstunde muss ich noch. Und dann bin ich erstmal glücklich wie heute, was den Sport angeht. Hinter mir geht die Sonne auf. Cool. Hier in diesem kleinen Park in Jäwele. Das ist eine coole Atmosphäre morgens. Alles schön ruhig. Und hier haben sie auch Kraftübungsstationen hier. Mehrere sogar. Aber ich mach das nicht. Schön, dass sie es haben. Aber ich mach das nicht. Ich glaub es nur. Reicht. Weiter geht's. Jetzt nach 40 Minuten bin ich so langsam warm gelaufen. Die Kälte macht mir nichts mehr. Außerdem scheint die Sonne nicht direkt an. Sau geil. War das kalt heute Morgen. Verdammte Kacke. War das kalt. Das Flüsschen hier neben mir. Das fließt so ganz zart vor sich hin. Das wird da hinten wieder zum reißenden Bach. Voll krass. Nach diesem Staudamm. Das zeig ich gleich mal. Gleich bin ich da. Hier bin ich wieder am Staudamm angekommen. Und hier hinter dem Staudamm geht der Fluss wieder ab. Da. Guck mal. Mein oh Mann. Wenn du da reinfällst, hast du ein Problem. Sowieso wegen der Temperatur. Ich laufe jetzt noch ein paar Minuten. Dann gehst du jetzt zurück ins Hotelzimmer. Und dann das Frühstück angesagt. Hat gar nicht so viel. Mal schauen. Aber ein bisschen was. Jetzt bin ich wieder im Hotel. Fahr jetzt hoch zu meinem Zimmer. Und dann war's das für heute. Reicht. Dreiviertelstunde. Cheerio mit Sophie. Level 5. Level 5. Genau. Bis zum nächsten Sportvlog. Puh.